Musik 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 Jo, scheiße Musafer Fuck, dauert zu lange Ja ich hab ihn aufm gequält, alter Ich hab ihn aufm gequält Jo, ich hab den Chip gekillt Er ist ein Pied Musik Wir müssen nur seinen perfekten Pogel töten Hallo Er wird jetzt so gierig sein und lebt damit Jo, sein Pied ist tot Bitch, Alter Bitch Jo, nice, wenn der tot ist, GG Jo, Pied ist tot Nein Ja Echt? Wenn man kastriert wird, haben wir höhere Stimmen Scheiße, verdammt, ich hab's verkackt Jetzt hat er dich durchschaut Was hab ich jetzt wieder gemacht? Jetzt hast du dich grabben lassen, da kann ich überhaupt nichts für Ja So Leute, haltet euch im Gefängnis bereit Sind noch noch Tiere drinnen? Nimm die raus bitte Handschellen und Gewichte vorhanden Wir brauchen Narko-Zeug Wir brauchen Handschellen und viele, viele Gewichte Essen, Trinken Ich kümmere mich um das Gewicht Gewicht hab ich hier schon mal das Gewicht Müssen den Jungen erstmal ein schönes Leben bereiten hier Wir brauchen nur noch Handschellen Der haut mir der Pike auf mich zu Alter Die Pike Kollege, die Pike ist schwer permittiv Damit kannst du nicht viel anfangen Lass das mal Das wird so nix Ich flieg hoch, dann kannst du mich nicht treffen Ja Dann töt mich doch nicht einfach Wer nimmt die Trankrads in die Flimpe Warum soll ich dich töten? Das hab ich schon Ich töte nicht Jetzt töte mich bitte Einen heftigen Tribe Guck mal hier meine Base Ich wollte dich in meinen Tribe einladen Du kannst mich doch direkt töten Du musst mich ganz schön nicht hören So, ich hab ihn jetzt hier Mit einmal Trankelisieren Geht das so? Ist er im Gege? Ja, er ist im Gege Ja, wurde schon abgehört Schläft er gleich? Dankeschön Ja, sauber Er ist, er ist Trankrads Hanschellen, schnell Die haben schnell Ja, ihr habt ein bisschen Zeit habt ihr Kein Stress Das ist alles easy Du kriegst mal ein bisschen was zu trinken Wieso ist die Schleuse auf? Boah Leute Er hat einen grünen Sattel Ein Blutband Echt? Ja, und die Pike ist meine Ich bring ihn da hause Und alle looten ihn Ich will den Bruder aus Wollt ihr wirklich einen Typen Verbot machen, der ganz alleine ist? Hallo, wir brauchen Ersatzteile Hallo, was ist los? Jetzt haben wir welche Ich brauch schon schnell mal ein neues Getriebe Was ist los? Warum ist denn jetzt aber so? So, Uhrzeit festhalten 19,49 Ey, ich bin halt bloß alleine Ich kann doch nix machen Wen habt ihr denn gegrabt jetzt schon wieder? Wir sind auch alle einzeln für uns alleine Das ist ein Spieler Der heißt Getriebe Und sein Tribe heißt Ersatzteil Und der hat mit einem Minigun-Tour-Hit von einem Quetz aus auf mich geschossen Und meinte er ist alleine So geht das aber nicht Dann hab ich den aus dem Minigun-Tour-Hit gegrabt Er meinte er wollte mir helfen Er muss Handschellen noch anhaben, Leute Wo sind die Handschellen? Warum macht ihr denn nix? Ey, komm mal runter Ich mach kurz weiter Wer hat die Narkotiks aus dem Inventar genommen? Wer ist denn so besoffen? Oh Leute, ihr könnt doch ja keine Narkotiks rausnehmen Wir müssen die Leute einfach mal provozieren So, jetzt brauchen wir noch mal Gewicht Töten nämlich nicht direkt Warum will ich ihn nicht töten? Töten ist langweilig Immer ein Vogel ist noch ganz viel Staunen hier Pass mal auf, ich schmeiß hier was raus Kann jemand mir helfen, wollen wir tragen Da hat ja keinen Kontakt dazu oder so Zufangen Was hast du gesagt? Ey, der hat keinen Gewichtskill Doch, der 47 Gewichtskill, der ist schon voll Ist egal Erzähl doch mal Ich hör dir gerne zu, mein Freund Ich mach uns n'n Lagerfeuer, dann ist uns schön lahm, okay? So, er hatte Flynn Er hatte Steine Er hatte Holz Akutisier den nochmal schnell Muss schnell aus seinem Zeug ein Kämpfer erbauen Hab ich nicht gelernt Urgh, shit Schnell, ihr braucht noch mal ne Ich hab ja keine Fuhrrüstung Ihr müsst hier noch mal eine klatschen jetzt Okay, wir schießen jetzt noch mal mit der Flint eine rein Scheiße, ich fühl mich So, jetzt schläft er wieder So Mir fehlt Satch, hat er Satch? Wie lange darf man denn so'n Halbe Stunde, halbe Stunde, halbe Stunde Halbe Stunde Sag's ihn doch nicht, du Hals Okay Ganz ehrlich, was bringt mir das denn, wenn ich's ihm nichts sagen Waspic und dann werden wir immer wieder auf den Server spielen Und dann werden wir Eifer-Tribe, obwohl wir keine Gegner haben Hiiiiihihihi Hahahaha Scheiße so guck mal ob er leben verliert wenn ich hier feuer anmach weil mir ist kalt er verliert kein leben das ist gut er braucht noch ein bisschen gewicht auf hätte ihn vollgestopft ich werde ich steiglos jetzt bin ich vollgestopft kann man doch mal schnell zwangst füttern er ist voll alles perfekt brandneue flackhandschuhe wir ziehen aber vor das erfriert der typ der hat nur 0 fortitude aber schnell jetzt vorrüstung ich bin so meine ich bin so meine warte mal wir haben sonst doch hier im karton vorrüstung ja wir haben doch vier opfer vorrüstung ja aber hallo habt ihr jetzt schon ja ich hab was der wiegt zu viel er macht ja wieder auf schlose muss zu der eben gestreamt hat wird sogar von einer frau getötet wie welche frau er ist aufgestanden ist aufgestanden narkotisiert ihn wo der habe ich ja warum denn ja weil er nicht mehr narkotisiert worden hier fastens weil er zu viel er ist zu schwer so war ich immer raus so jetzt mach mal ziehen aber schnell ja fürs anziehen muss sein konnte sein ich will die neue welche neue tauscht ja schnell aus er hat noch 150 kollege rede doch mal jetzt mit uns wir sind hier alle einsam für uns alleine wir sind alle alleine im endeffekt alle sind einsam hier wir möchten mit dir reden wir sind auch alle alleine sag mal wie alt bist du hat mich gerade schon gesagt habe ich irgendwie nicht gehört ach gott klingt der jung ja schuldigung ich möchte die einschaft zu fünft um den rum ich brauch steine jungs er wird gewicht aus seinem inventar genommen tut das wieder rein verdammte axt der kann laufen der kann laufen und verbraucht damit stamina und somit verbraucht der food und somit hat der kann er verrecken und der kann hier raus springen weil die tür auf ist ja toll die schleuse ist auf sagst ihr könntest du die bitte zumachen hab ich gemacht wie geht's also mir geht's gut und ihr ich meine die tür ja auch korea wieso spielst du denn hier alleine hast du keine freunde ich hab Freunde ich spiel Playstation sollen die sich doch einfach mal einen computer vor dem papa schenken lassen oder erst mal du brauchst nicht so zu reden wie rede ich denn wie ein gieriges ken was ein bisschen tiefere stimme hat Junge wie redest du mit mir wo kommt eigentlich die musik ja vor allem speed hab ich da hingeworkt ja ist gut so ich meine dann braucht ja ein bisschen unterhalt ich bin richtig mann du hast eben die spoiler doch an also in der gefängnisbeleuchtung wurde ich zur hälfte geklaut ne was soll ich scheiß überhaupt aber er friert bestimmt ne ey der was ich musste ihn anschießen um zu gucken wie viel leben er noch hat ok alles safe er hat nicht mehr viel food er hat nicht mehr viel food aber er braucht ein food vier morat komm rein mir kleine kinderquellen das macht laune ja 100% oder so ihr habt ja noch 25 minuten bis ihr mich freilassen müsst ja kommt ganz drauf an es hat sich ausgelockt ehrlich man kann ihn auch freilassen für zwei sekunden und ihn dann direkt wieder einfangen ja wieso ist denn der server schon wieder down das war direkt nachdem der on war hat er gesagt er geht down ja hat die rechnung nicht bezahlt was ist denn mit dem lystosaurus das mord gesagt ja ne das ist äh der ist zum eier legen hier genau der ist äh im urlaub hier der wo der lystosaurus der soll gleich den typ da essen ja den kannst du nicht essen wieso weil der offline ist ach so das ist ja der geklaut hey nicht töten der ist geklaut der ist geklaut um eier zu legen alle 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 der ist offline preventiert der kann nichts machen was hast du noch was du jetzt gesagt wir klauen alle deine idios mein freund alle ich verlöse dich schon mal herrenhandlich wie läuft denn das geschäft bei dir so du verleihst dich jetzt selber wenn ich das richtig verstanden habe oder das ist ne Hure dein witz oh ehrlich seid ihr wirklich so tief gesungen ultra tief tiefer als du dir vorstellen kannst junge war noch nie höher noch nie höher fang zu nehmen hallo wir können nicht tiefer sinken wir sind so tief am abkonten wir schwimmen in der sapsche ohne scheiß die heftig aber du bist nicht unser erster gefangener also läuft glaub ich euch du wirst auch nicht der letzte sein wuahaha du wirst auch nicht der letzte sein wuahaha vor dem recht und wie findest du sie die war auch mal in unseren treib finde ich auch alter widerspricht hallo der ist unter 16 so was von den schlechten worten der kann ja der ist 12 oder so maximal aber ganz ehrlich detektiv zum beispiel ist auch 15 ne detektiv ja ja guck mal und er hört sich nicht unbedingt an wie 15 er hat dein maul aber er hat nicht die typische die typische vorpubertäre stimme sag ich mal so gesehen ähm dieser junge hier nein das ist der haus das ist der killer nein das ist überhaupt nicht der killer man den hab ich getämt lass den ja ich hab noch 20 du sagst mir nicht wie lange ich noch hab ich hab auf wo geguckt und du ich hab Zeit mal gestellt ja und hast du das alles auch aufgenommen und Screenshots gemacht von Urteilen und so ich ja du nicht und die Zeit fängt erst nach dem Restart an hat er hat man gesagt lass den mal von nem OV Raptor töten hallo hallo ich wollte immer guten tag sagen und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag hä was ne ich bin's hallo ich bin der Gefängniswärter rein mit dem Petri wenn der Petri schnell genug ist schießen die Autotöten nicht und innen drin sind keine Autotöten weiß ich kann die ganze Zeit C-Rolle machen weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich ich gehe immer wieder oben echt jetzt macht ihr das jetzt Babys töten überlegen wir ja mach mal ja wir müssen mit C-Rollern mit mindestens 3-4- ja wer fickt denn grad seinen Tisch? ja das ist hier King Weenie warte mal ich kriege das mal das müsste mein Essen ausfacken wüstiger was gibt es denn? ähm richtig schöne Lebkuchen gibt es gerade gibt alle Folie nö wie ist das los? ich hab selbst gebacken ja ok da kann ich dich nicht mehr unterhalten er hat gekaufte die irgendwo anders selbst gebacken wurden Moment ja genau hey wenn wie ist das jetzt eigentlich mit der Gefangenschaft ne wenn der Server jetzt 10 Minuten nicht erreichbar ist sind die 10 Minuten ja nicht mitzurechnen oder? nö da steht nichts von real life time nein dann kann ja jeder restart wenn er gefangen genommen wird nein ja aber schon der ingame time oder was ey das wäre viel zu wenig wir müssen Abrocks gefangen haben es geht immer um was ich will Abrocks gefangenen er ist im PvE-Tribe dann kommt er mit seinem anderthalb tausender Pitri und rollt einmal durch die Base und alles ist tot Server ist wieder da dann wird gezogen ok man hm nö machst du eine C-Rolle durch einen 150er Giga der ist One-Hit-Down oder? mit meinem Pete habe ich deinen äh habe ich den boah was war das auf deinem Server das war auch der 10.000er Giga den hab ich One-Hitted ja lol ey der ist schon wieder da ne doch nicht das Emperor mit dem wir haben jetzt schon zwei neue Spiele oder wie geht das so aus? ja aber Shane aber was ist mit Shane eigentlich los? ja aber was ist mit Shane eigentlich los? wir können irgendwann wieder rauskicken was den wollen wir wieder rauskicken? ja wahrscheinlich egal achso er will nicht mitspielen oder wie? er hat ja schon 10 Stunden den Arc also uuuuuhh das hat er doch gestern schon gesagt echt? mhm Shane 98 krass das wusste ich gar nicht das ist echt hart das ist echt hart ja ich meine das ist halt etwas ähm low kontraproduktiv ja ja vor allem wenn du sagst so lass mal mit dem Quetz farm gehen und sagt er was ist ein Quetz? ja genau dann habe ich ja keinen bock alles zu erklären das habe ich schon auf genug gemacht ja hallo schönen guten tag in unserer base nach dem frischen Restart ja wenn wir das alles doppelt hört denk mal echt zu hinschwingen hier wie ich ihn los wenn ich richtig laut rede hörst du das dreimal soll ich mal ab? hallo schönen guten tag nach dem Restart war das laut genug dass das über mein Mikro mitkam? nein lass mal alle um den rumtanzen also richtig sofort zurück zur Seite kommen wir alle ins Gefängnis aber weißt du wie er sagt noch so süß wenn du so wenn man dich doppelt hat denkt man du hast eine Behinderung ja das ist nett ne ich weiß dass du eine Behinderung hast du das hallo ich sterbe hier draußen ich hab nur Gilly an alle sind hier versammelt oder was? das ist nur die Helfel ich würde sagen wenn wir den freilassen grabben wir ihn mit dem Karpro und springen von dem Rand runter ich würde sagen wir schubsen ihn mit dem Diplo die Klippe runter ja genau das stimmt das war die andere Option ja die war glaube ich am allergeilsten aber noch viel besser ist wenn der Lystron ihn frisst das ist op aber mehr geht nicht nein wir machen schon Diplo ich sterbe gleich ne Saskia kannst du mir mal was zum Anziehen holen bitte ja ich brauche Fuhrrüstung ich kann nicht mehr laufen hä hat jemand grad Medical Blue hengeschmissen? wo ist das? liegt direkt auf dir drauf Karinett weiße Stoff hallo sag doch mal was erzähl uns mal was aus deinem Leben er ist zwölf was hat er für ein Leben ist er wahr zwölf hat er gesagt dass er zwölf ist? ne aber mit ziemlicher Sicherheit frag schon einmal meint er nicht zu dir ist 16 ne unter 16 hör mal auf mit mich zu schießen jetzt ane es reicht wirklich klar dreh dich um hallo dreh dich mal um wo denn hier ja der ist nicht an Katz ist gegangen du hast was in deinem Kopf der ist nicht an der 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 Wie unproduktiv die Gefangenschaften sind, oder? Ich seh das Mikrofon nicht, warum? wie ihr das eigentlich verkauft habt heute gestern nicht so gut ist oft und meint das lohnt sich nicht zu diskutieren und so Weiß nicht mal wo die Base von denen ist. Von wem? Vom Getriebe? Ersatzteile, ja, von dem Typen da. Kein, schau mal. Wieso willst du ihn raiden, oder was? Ähm, nein, natürlich nicht. Also, ja. Tool, mein bitte, äh, Argent. Werden den geglaubt? Äh, ich nicht. Ich nicht, aber der sitzt hier oben auf dem Dach. Wo? Ah. Hat selber auf dem Stock gemacht. Ja, hat Jesse James eigentlich Raid-Schutz? Muss mal einer gucken. Kann ich mir nicht vorstellen, aber ich kann jetzt gucken. Ja, und dann gehen wir gleich hin und bommen die auf. Lass es echt machen, da sind, ich glaube nur 10 Türbelts oder so. Ja, lass mal wegbommen. Und ich glaube, das sind Verbündete von Maschinen. Ja. Egal. Ich habe mir jetzt lebt, warum? Ist der für eine Arme so komisch nach vorne? Ja. Er hat ja Handschellen an. Willst du auch mal testen? Er hat Handschellen an, damit er sein Inventar nicht leeren kann und wir uns ja vollgestopft müssen, entlosen. Ich würde die Arme hinter meinen Rücken geben. Ja, er war nicht bereit. Er wollte nicht mal hinten. Leute, wer war das? Anne, Alter. Anne ist akkastbar. Können wir nicht Zohntauben schießen machen? Einer bringt den Typen bis an die World Border über der Welt, lässt den fallen und wir müssen mit Longnecks gegen schießen. Nein. Oder kann man den Typen mit dem Katapult verschießen oder so? Was? Kreative Level 3, 70, requested for you to join, tribe, ersatzteile. Anne, Alter. Soll ich es annehmen? Ich nehme es an, spawn bei denen und dann alles in die Luft, ja. Ja, mach das mal. Ne, wenn du es annimmst, wirst du auch von den Typen zerschlossen, wenn du nicht rausgehst, ne? Aber dann kannst du ein Batsporn, dann kannst du überhaupt ein paar... Ja, nimm an! Ne, ich kann es nicht, ich bin admin, ich kann es nicht bringen. Aber wir können es machen. Lass mich noch laufen. Er hat mir auch eine gegeben. Ja, mach, mach du das. Ne, ich bin admin, ich kann es nicht bringen. Mach jetzt, oder ich erschlag dich. Kannst du mal hier Hubble Double da einladen? Er hat mich noch eingeladen. Ja, nimm mal an, nimm mal an, schnell geht's nicht hin. Halt, ihr gedrückt. Ah, ne, man kann nur, ich kann nur remove Dings machen. Geht nicht. Moratz ist doch da. Moratz, sein erster Auftrag ist der Base droppen. Na, ich bin schon auf die. Na, die wichtigsten Sachen einpacken. Lass der Manning Pace. Flint. User, join your channel. Lass mal die Handschellen drauf mit mir. Oder Emperor, der kann das auch machen. Was? Dich in den Tracker entladen lassen. Er hat mich eingeladen. Sonst mache ich das gleich. Nimm mal an jetzt. Jetzt nimm mal an. Er hat mich auch eingeladen. Wie sollst du die Handschellen untergenommen von mir? Jetzt nimm mal an, nimm mal an, nimm mal an. Ich auch was? Soll ich richtig? Ja, mach. Ja, mach. Ich hab angenommen. So, nimm mal meine Sachen, wenn ich gleich sterbe. Und pack das mal bitte in den Tresor unter BMT. Oder achte drauf, ob er dich wieder rausgeworfen hat, ne? Ich bin mit Getriebe drin. Ich spawn jetzt in seinem Bett. Wie spawn ein Bett? Nein! Ich bin im Bett gespawrt. In was für einer Base bist du? Metall Base. Warte, warte, ja. Kannst du hier das Zeug noch nehmen von dem? Holt mich gleich ab, okay? Oha, 122 Mending Pace. 161 Trang Eros. Nice. Hast du jetzt grad infiltriert, oder was? Ja, er hat mich eingeladen. Du, einfach. Und schon, weil ich war alles raus. Ey, wieso kann ich? Wieso kann ich? Er hat mich aus dem Tribe geschmissen. So'n Wichser. Der Wichser, ey. Alter, hol mich ab. Ich hab so den Smending Pace. Die Koordinaten. Merk dir die Koordinaten. Ja, komm schnell her. Das ist, äh, das ist die Base. Das ist, äh, die... Das ist, äh, die... Das ist, äh, North. Koordinaten sind, ähm... Kannst du das mal nehmen, aber ich bin hier überladen. 32,78. Nehmen Rocket Launcher mit. Wir machen die Base gleich auf. Die ist auf. Da ist kein Dach drauf. Ach so. Aber ich komm in den Rottstuhl nicht raus. Was zum Fick hast du alles dabei? Ich mach's dein Bett kaputt. Mit den Päusten. Oh Gott. Probe ich mal ab jetzt. Ja, ich brauch noch... Ich muss dein Zeug grad noch reinpacken hier, ja. Hm? Er hat schnell genug gemerkt, was ich gemacht habe. Der Wichser. Hättest gleich überall Take-our-Light-Ums... Hättest ne Mind-Wave-of-Wake kriegen müssen. Ey, ich hab's so schnell gelootet, wie konnte. Er hat eine Mind-Wave-of-Wake-off-Wake-of-Wake. Sie hat überall Take-our-Light-Ums, mach' das. Hat denn der Walls in der Base stehen? Kannst auch reingucken. Ne, er hat keine Walls, ne ich bin dein aus dem Type geworfen worden. Komm mal runter, denk jetzt, dass sie sich aus Iron-Twipe bin. Warte, ich nehme einen Rocket Launcher mit, glaube ich. Dann ist die Base auf jeden Fall platt. Das ist gut. Also alles, was hier drinnen steht, das langt auf jeden Fall mit einem. Ich lasse die Forges auch noch an, nicht, dass wir nichts mehr luken können. Weil Baum.